SBT-Section, it's Shisha-Time! Seheos, liebe Shisha-Freunde, Shisha-Man-Tester, Shisha-Oli und meine Wenigkeit Big2B begrüßen euch zu einem neuen Tabak-Review. Ja, Freunde, es gibt einen neuen Tabak auf dem Markt, gesehen zum ersten Mal auf der Shisha-Messe in Frankfurt. Davor habe ich schon mitbekommen, dass der Tabak auf den Markt kommt, aber das allererste Mal in den Händen gehalten und probiert und geraucht, war eben auf der Shisha-Messe in Frankfurt und das ist nämlich der Tabak aus dem Hause Kolonial und Kolonial sollte für den einen oder anderen Shisha-Raucher da draußen ein Begriff sein. Spätestens jetzt, wenn man das Logo sieht, denke ich mal, kennt man das bestimmt. Das ist nämlich vom Cäsar. Liebe Grüße an dich da draußen, lieber Cäsar. Coole Sache, dass du jetzt deinen eigenen Tabak auf den Markt gebracht hast und wir probieren. Für alle, die von dem Cäsar nicht kennen, der hat einen Zopf, so einen Pferdeschwanz und hat ihn in einem blauen Rollstuhl gemacht. Richtig, da unten sieht man auch gerade Fahnen, ja, hier ist er. Rolling Blue heißt nämlich die Sorte und der raucht quasi in einem Rollstuhl und raucht nebenbei und das ist, ja, so ein kleiner Running Gag, was der Cäsar damals ins Leben gerufen hat. Wenn man den immer im WhatsApp zum Beispiel oder im Facebook schreibt, kriegt man automatisch immer ungefähr gefühlte 100 Rollstühle zugeschickt und danach kommt dann erst die normale Antwort. Oder wenn die Mitarbeiter was runterwerfen, der Bowl oder so, dann hocken die danach auch im Rollstuhl. Richtig, richtig. Und das ist, wie gesagt, so ein Running Gag von ihm und jetzt hat er eben das Ganze auch noch als Tabak draußen. Und das ist eine von, wie viele Sorten hat er sechs, oder? Hier steht vier. Vier, dann sind es fünf Sorten aktuell, die ich jetzt zum Testen zu Hause habe. Und ja, Rolling Blue, Olli, was soll das denn sein? Ja, das soll eine Mischung sein zwischen Blaubeere, Limette, Kiwi und leichter Minznote. Genau, das haben wir direkt vom Basri mitgeteilt bekommen. Ich hoffe, dass er auch nichts vergessen hat oder uns einen Blödsinn verzählt hat. Warum Basri? Ist ja nicht der Cäsar. Das ist nämlich der Hersteller von dem Tabak. Denn das Ganze, genau, weil Olli hält es gerade in die Kamera, das ist, ja, Smokies Tobacco. Also das heißt, der Rotabak und die Aromen stammen aus dem Hause Smokies und findet man auch über dem Koloniallogo, steht nochmal drauf, Smokies Blend. Und ja, daher kommt das Ganze. Ich habe ganz vergessen, den Schnitt noch zu zeigen. Das mache ich jetzt gerade mal. Das Ganze kommt in einen vakuumierten Beutel, kann man aber in diese schöne rote Plastikdose reingeben. Und der Schnitt ist ein mittelfeiner Schnitt. Also nichts wirklich Grobes mit dabei, keine groben Äste. Man hat zwar Äste mit drin, aber die sind nicht stören, weil sie klein geschnitten sind. Und man hat einen hellbräunlichen Schnitt am Start. Für alle, das fällt mir jetzt gerade noch ein, die damals, wo der Tabak rausbekommen ist, nicht den Werbespot gesehen haben, sollten sich den auf jeden Fall mal noch angucken. Ich finde den sehr amüsant. Kommt jetzt gerade oben eingeblendet, über dem Olli, da könnt ihr das mal euch anschauen. Also den Werbespot, der geht nicht mal eine Minute, sehr, sehr witzig gemacht. Fand ich cool damals, als der rausgekommen ist. Und ja, jetzt probieren wir das Ganze doch einfach mal. Wie schaut es geruchlich aus? Blaubeere, Vollgas, aber nicht nur. Also man riecht auf jeden Fall raus, dass es Blaubeer ist, aber man riecht auch raus, dass es nicht nur Blaubeere ist. Aber ich rieche jetzt da keine Limette und keine Minze raus. Und wenn ich weiß, dass Kiwi drin ist, würde ich sagen, okay, dann ist das andere, was man da noch mit raus riecht, die Kiwi-Note. Aber jetzt speziell raus riechen tue ich nur die Blaubeere und eben noch was anderes, was eben dann die Kiwi sein soll. Also das Lustige ist, beim Namen alleine haben wir auch gleich sofort gesagt, da ist 100% die Blaubeere drin, weil Blue, da denkt man sofort an Blaubeere. Richtig. Also ich finde schon, dass es nicht leicht eine Limette-Note drin ist, weil die Blaubeere sehr erfrischend rüberkommt. Aber die Kiwi-Note, im Prinzip, wie du sagst, nur wenn man es weiß, wäre es sehr schwer rauszuschmecken, eine Kiwi. Aber Minze, wenn man reinbläst wieder, da merkt man es wieder in den Augen. Aber riechen tut man es im Prinzip null. Aber riecht auf jeden Fall trotzdem sehr, sehr interessant, weil ich und Blaubeere, also gerade was Alwaha, Blue, Mint oder Blue angeht. Wir beide, geht gar nicht. Ich könnte das Speyer, wenn ich bloß noch dran rieche. Brot geraucht damals, vier, fünf Dosen, glaube ich, in einer führten Woche und geht nichts mehr. Seitdem können wir keine Blaubeere jetzt mehr in der Nacht mal auf. Aber das riecht sehr, sehr, sehr geil. Also ich finde den Geruch geil. Ja, definitiv. Also Geruch ist sehr ansprechend, geht definitiv klar. Und geschmacklich schauen wir uns das Ganze jetzt mal kurz an. Wir haben das Ganze gebaut in der TGK 3.0 mit einer Mataleon Molassefänger, Glas Molassefänger, genau, von Mataleon. Und das Ganze haben wir natürlich wieder in unserem heiß geliebten SWT-Setup am Start, sprich Saphis Gris Number 9, dreiviertel voll. Und danach die Amy Smokebox drauf oder den Lotus, ist ja vollkommen egal, sind das gleiche. Und zwei Bleck Kokoskohlen sind drinnen. Ja, Oli, dann sag einmal, was schmeckt schon aus, Burr? Gut. Also man schmeckt hauptsächlich die Blaubeere raus. Die ist wirklich dominant von allen vier Sorten, was wir drin haben. Man schmeckt nicht gleich die Kiwi noch mit raus. Die Limette geht leider sehr unter. Also im Geruch, wenn ich jetzt den Geruch so habe, riecht er frischender wie der Geschmack. Ich finde, die Limette sollte ein bisschen mehr rein, weil dann kommt der dem Geruch wesentlich näher. Wenn der jetzt so schmecken würde, wie der Geruch, wäre er richtig geil. Aber er schmeckt, ich sage mal so, lascher. Also, er könnte auf jeden Fall genau fruchtiger sein oder beziehungsweise frischender, da die Limette-Note ein bisschen stärker. Die Limette würde ich nicht mal stärker machen. Die ist jetzt kaum schmeckbar. Also ich schmecke es jetzt so gut wie gar nicht raus. Aber die muss nach meiner Meinung nach nicht rein, wenn die Limette jetzt ein bisschen stärker gemacht wird. Ja. Dann kann ich mir vorstellen, dass vielleicht die Limette auch wieder ein bisschen besser rauskommt. Aber die Limette sollte ein bisschen stärker sein, dann wäre er perfekt meiner Meinung. Also gut. Also, ich finde auch, die Minze muss nicht unbedingt rein, beziehungsweise stärker drin sein, weil sonst würden wahrscheinlich die anderen Aromen darunter leiden. Aber sehe ich genauso wie der Olli, die Limette, die ist geschmacklich sehr, sehr schwach, genauso wie die Minze. Und die Limette würde zu dieser Mischung eigentlich sehr gut passen, wenn die stärker wäre. Also es würde nicht schaden, wenn das Ganze noch ein kleines Stück nach oben gedreht wird, was die Limetten-Note angeht. Die Minze würde ich genauso lassen, die Kiwi würde ich so lassen und die Blaubeere würde ich jetzt auch so lassen. Und um dem spezielles Etwas noch zu geben, fehlt einfach noch so ein bisschen mehr Limetten-Aroma. Das, was das Ganze dann eigentlich perfekt abrunden würde. So muss ich sagen, ist es schon eine gute Mischung. Aber, wie es der Olli auch gerade schon gesagt hat, es fehlt einfach noch das gewisse Etwas, dass das Ganze eben perfekt ist. Und deswegen von mir auch auf jeden Fall eine Probier-Empfehlung, weil es wirklich gut schmeckt. Also die Blaubeere ist jetzt nicht penetrant künstlich und vollgasintensiv, sondern schön lecker mit eben der Kiwi-Note noch mit drinnen. Und das war es leider schon. Und deswegen fehlt da eben noch diese Limetten-Note. Ja, da fehlt einfach die behinderte Mischung. Die behinderte Mischung. Genau, also das wäre die perfekte behinderte Mischung. Und die, ja, vielleicht in der nächsten Charge mit Bedenken, die Limetten-Note ein bisschen stärker machen, dann wäre das ein Sahnestückchen. Genau, aber so definitiv geht vollkommen in Ordnung, muss ich sagen. Also gibt es jetzt fast nichts zu bemängeln, was den Geschmack angeht. Und von daher geht es definitiv klar, so wie er jetzt schmeckt. Nur für uns zwei, ja, die Lungen sind halt da schon ein bisschen mehr gewöhnt. Und deswegen macht es nichts aus, wenn da noch ein bisschen das Ganze intensiver schmecken würde nach Limette eben. Genau, ja, ansonsten, was gibt es noch zu sagen? Der Preis 200 Gramm wie Smokies gleich 17,90 Euro. Ist also ein bisschen gehobener Preis. Finde ich aber noch im Rahmen. Also mehr sollte der Tabak nicht mehr kosten. Von daher, es geht jetzt gerade noch so. Alles, was unter 18 Euro ist, finde ich vom Geld her noch in Ordnung. Alles, was drüber ist, ist so eine Schwelle bei mir, wo ich sage, das ist dann schon zu teuer. Genau. Ja, dann wäre es das soweit eigentlich schon wieder. Wir schauen uns natürlich zum Schluss wie immer noch die Pro und Contra das zusammen an. Da hätten wir bei Pro den Geschmack, den Schnitt, die Feuchtigkeit, die Rauchentwicklung, die Intensität und die lange Rauchdauer. Und bei Contra haben wir nichts. Dafür haben wir noch einen neutralen Punkt. Und das wäre der Preis. Genau. Dann wäre es das eigentlich schon wieder mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, Freunde, dann Daumen nach oben. Wenn es nicht gefallen hat, Daumen nach unten. Abonnieren geht direkt unter uns. Und zum letzten Video geht es hier direkt beim Olli. Dann gehen noch liebe Grüße an den Cäsar raus. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht es gut und... Servus!